So, hallo, wir machen weiter bei Ori and the Will of the Wisps. Wir sind immer noch in der ersten Aufnahmesession, also ich kann noch nicht auf Kommentare eingehen. Und letztes Mal haben wir die Stammfattache kennengelernt, hier unten eine Arena erledigt und dann hier oben eine Arena erledigt und das war es eigentlich auch schon. Also an wichtigen Sachen, wir haben noch mehr gemacht, aber an nennenswerten Sachen. Überraschung von unten, so. Okay, da komme ich noch nicht ran. Ne, da komme ich noch nicht durch. Sehe ich schon, was ich dafür brauche. Aber kann ich halt noch nicht machen. Okay. Gut. Hier käme ich hoch. Ja. Und hier käme ich wieder zurück. Wir schließen mal kurz den Kreis. Ja, wir schließen mal kurz den Kreis. Weil hier sind wir runter, ne? Genau, dass alles aufgedeckt ist. Okay, sehr gut. Oh nice, da kommt man ran. Okay, dann kann ich auch so hoch. Okay. Komme ich bis nach... Ne, niemals komme ich darüber. Ne, dafür müsste ich fliegen können. Also wahrscheinlich schweben mit Kuros Feder. Aber die haben wir ja verloren. So. Aber hier komme ich auch nicht hoch. Ah, vielleicht von dem aus. Ja, doch. Das reicht aus. Ja, sehr schön. Oh, ja, okay. Das... Ich war mir nicht sicher, wie weit mich das hochfedert. War schon ordentlich. Okay, rüber hier. Energie holen. Und wir sind jetzt da oben. Genau, da unten ist ein Baum. Da wollen wir hin. Da wollen wir hin. Da gibt es gleich wieder was Neues zu lernen. Oh, ja, kommen wir noch nicht ran. Schade. Da kommen wir noch nicht ran. Ja. RCS lernt auch aus Mag... Äh, die... Kennen, wie gefährlich das Gewässer hier ist. Da oben war so eine Energiezelle. Aber da komme ich jetzt auch nicht hin. Oh, was passiert jetzt? Gespräch. Wir Moki haben gesehen, wo die kleine Eule abgestürzt ist. Unweit der Heimat, die wir verlassen haben. Stiller Wald. Gruselwald. Okay, wir bekommen noch einen Punkt auf der Karte. Oh. Nein, wir bekommen eine Sequenz. Okay. Immer der Fee danach. Quolog ist gütig. Quolog hilft. Was passiert jetzt? Ähm... Oh, okay. Die Karte ist hier nicht verfügbar? Okay. Da ist sie nicht verfügbar? Da schon. Okay. Alles klar. Ja, Wächter des Zumpflands ist ja ganz weit hier drüben. Also, das kann es noch nicht sein. Also, das kann es noch nicht sein. Aber... Wir können jetzt erstmal hier den Kollegen da oben... ...untersuchen. Achso, vielleicht war die Karte nur während der Sequenz nicht verfügbar. Okay. Quolog hat dafür gesorgt, dass das hier aufgeht scheinbar. Vielen Dank, Quolog. Und da ist wieder ein Tok. Ne, das ist Tok. Ah, hier geht's auch weiter. Oha, Hilfe. Okay, Tok, was hast du mitzuerzählen? Nur die, die in den Augen des großen Quolog würdig sind, dürfen eintreten. So besagt es zumindest die Legende. Natürlich ist das nicht Quolog, sondern nur eine Statue, was? Jetzt, wo ich darüber nachdenke, hat sie nicht einmal Augen, in denen irgendjemand würdig sein könnte. Dumme Legende. Ah. Der große Quolog ist eine bloße, keine bloße Legende. Nein, er ist echt. Als das Licht die Geisterweide verließ und der Verfall sich ausbreitete, hatte er es gesehen. Wäre er nicht gewesen, hätte die Moki vielleicht eine Zuflucht, keine Zuflucht gefunden, als die Wälder, in denen sie lebten, zu gefährlich wurden. Deswegen nennen sie Quolog ihren Wächter. Er hat den Verfall zurückgehalten für den Moment. Okay, das haben wir schon. Danke. Das heißt, ich kann jetzt hier weiter. Oder ich komme hier hoch vielleicht eventuell. Mal gucken mal, ob ich da hochkomme irgendwie. Oh, das ist nicht so gut. Oh, ähm. Darf ich bitte wieder zurück? Ja. Ja, so ein bisschen. Äh. Darf ich bitte wieder zurück? Oh, nee. Komme ich jetzt echt nicht mehr zurück? Okay, na gut. Wenn ich dazu gerade zu unfähig bin, dann gehen wir halt erstmal hier weiter. Das ist in Ordnung. Ach, hier ist nur ein Schalter. Hab nix gesagt. Wird jetzt überall das Wasser abgelassen, oder was? Oh. Hier auf jeden Fall. Das war wichtig und richtig. Okay. Komisch, ich könnte schwer, das Wasser in der Kammer sei gerade noch ein gutes Stück höher gewesen. So ist es heutzutage. Alles verändert sich und nie wird es dadurch besser. Oh, das ist, das ist viel zu wahr gerade. Das ist gerade viel zu wahr einfach. Oh, Mann. Okay, ich muss kurz was kontrollieren. Aber alles gut. Aber wie komme ich jetzt erst? Ich meine, da ist ein Weg. Das muss wahrscheinlich erst diese ganze Statue irgendwie sich wegbewegen. Wahrscheinlich macht der irgendwann seinen Mund auf oder so. Keine Ahnung. Moment, aber jetzt komme ich zu dem Baum ran. Jetzt komme ich zu dem Baum. Jetzt komme ich zu dem Baum. Ja, nice. Was hast du für mich? Geisterbo... Das ist das Schussding. Das ist... Oh mein Gott, wir können jetzt so viel machen. Oh, das ist was anderes. Ne, ist was anderes, oder? Also auf jeden Fall muss ich jetzt... Was nehme ich jetzt raus? Oha, wie viel da kommt. Oha, wie viel da noch kommt. Willst du mich veralbern? Ein Pfeil aus Licht verwendet Energie. Äh, okay. Ja. Ja. Ja, das verwendet Energie tatsächlich. Ah, ich muss in die Augen schießen, wa? Ach ne, ich muss auf diese Schalter da schießen. Weshalb habe ich jetzt erst gesehen, dass das so ein Schalter ist. Oha, und der ist auch nur zeitlich begrenzt. What the hell? Okay. Okay, das geht also... Okay, alles klar. Verstanden. Oha. Deswegen dieser Schalter da oben. Aber ich glaube, davon haben wir noch keine anderen gesehen. Ich glaube, davon haben wir noch keine anderen gesehen, na? Äh, wie soll ich das treffen? So. Ne. Okay. Ja, also, wie gesagt, davon haben wir noch nichts anderes gesehen. Das ist neu. Da ist jetzt nichts, wo ich sagen muss. Da muss ich jetzt zurück... Zurück gehen oder sowas. Da gibt's ein Energiedings. Das ist jetzt besonders wichtig. Nice. Oh, was ganz anderes. Augenstein. Ah, okay. Ich brauche die beiden Augensteine für die Höhle. Äh, für die... Für die Statue. Nein, ich hasse alles. Aber ich kann mich nicht erinnern, warum anders schon mal diese Dinger gesehen zu haben. Also, ich... Ne, ich muss jetzt nicht backtracken. Das wollte ich eigentlich sagen. Ne, ich kann... Ich glaube, ich muss da von oben reinschießen oder so. Ah, oder so. Oha, das geht einfach. Crazy. Da ist der Zweite. Okay, sehr gut. Okay, da darf ich nicht durch. Ist da wirklich nichts mehr? Ne, okay. Okay, dann haben wir jetzt hier alles gesehen. In dem Bereich. Dann geht's jetzt nur noch zur Statue und da weiter. Okay, alles klar. Die Frage ist jetzt nur, die ich mir stelle. Aber ich glaube, das Wasser ist nur hier abge... Ist nur hier verschwunden. Ich glaube, woanders ist das Wasser nicht verschwunden. Das wäre... Das wäre krass, wenn man mit diesem einen Schalter hier jetzt plötzlich alles freischaltet. Wovor noch das Wasser war. Glaube ich nicht. So, Augen einsetzen. Zack. Und weiter geht's. Quollox-Tal. Twillen. Hey, Twillen. Oh, der leuchtende Fremde, von dem meine Kunden so beeindruckt sind. Sag mir, ist das für deine üblich, für den Bluh-Buh-Buh, einfach so zum Himmel zu fallen? Ich bin auf meinen Reisen schließlich vielen Kuriositäten begegnet. Oh ja, einige fallen, einige fliegen, einige schleichen, einige schlängeln. Aber von allen von ihnen sind Kunden, weißt du? Nur Kunden auf der Suche nach Geistersplittern. Okay. Bei ihm kann ich auch wieder scheinbar... Oh, ich kann Splitter kaufen. Ich kann sie nicht nur verbessern, ich kann auch neue kaufen. Okay, was hat er denn? Erhalte eine zusätzliche Energiezelle. Fühle ich jetzt noch nicht so. Zusätzliche Lebenszelle klingt grundsätzlich besser, vor allem wenn man es leveln kann. Und es werden immer mehr. Aber wir gucken erstmal, was noch so da ist. Verursache mehr Schaden gegen fliegende Gegner. Okay, nicht schlecht. Chance-Bonusschaden. Okay, das sind Quids. Auch nicht schlecht. Senke Energiekosten um 50, aber erhöhe erlittene Schaden um 100%. Yo. Nein, danke. Tausche maximalige Sonnege. Okay. Okay, allzu viele fühle ich davon jetzt irgendwie noch nicht so. Das holen wir uns auf jeden Fall mal. Weil das ist auch nichts, was wir leveln müssten. Die anderen sind alle zum leveln. Ah, nee, das nicht. Aber das will ich auch gar nicht. Das würde ich niemals einsetzen. Es gehört bestimmt zu den 100%, es sich irgendwann zu holen. Aber das können wir dann machen. Das ist genauso. Das sehe ich jetzt auch keinen Sinn darin, das zu holen. Weil Geld kann ich dann ausgeben, wenn ich zu viel davon habe. Im Moment würde ich es nur ausgeben wollen für Sachen, die mir wichtig sind. So, dann können wir es nämlich noch verbessern. Wie viel kostet bei dir verbessern? Du hast den gefiederten Reisenden getroffen. Er ist noch kein Kunde. Nein. Er ist nicht ganz mit meiner Wertschätzung dieser alten Tempel einverstanden, weißt du? Aber was für eine Verschwendung es doch wäre, meine glänzenden Splitter einfach nutzlos liegen zu lassen. Aber die Jagd wird mir zu anstrengend. Vielleicht suche ich mir ein schönes Plätzchen aus, um mich mit meinem Laden niederzulassen. Ein Plätzchen, das nicht ganz so feucht ist. Okay, Verbesserungen. Was kann ich tun? Okay, ich kann hier den Schaden deutlich verringern weiter. Magnet kann ich erweitern. Kugeln fliegen aus großer Entfernung zu. Rücksichtslosigkeit leveln sehe ich nicht. Bringt mir nichts. Ich würde fast sagen, wir gehen auf das hier, das ich mehr aushalte. Und danach ist dann 600. Okay. Alles klar. Ah, es gibt vier Stufen. Seht ihr das? Es geht einmal komplett außenrum. Immer ein Viertel sozusagen. Okay. Ja, dann. Aber gerne doch. Dann haben wir jetzt wieder ordentlich Kohle ausgegeben. Aber auch. Das hat mich gerade ein bisschen erschreckt. Äh. Aber auch, äh, Dings. Ah, wir können ja mehr ausrüsten. Ich trottel. Dann kann ich auf jeden Fall den fliegenden Schaden. Oh mein Gott, ich habe ja zwei Plätze mehr. Nur das hier nicht. Das hier auf keinen Fall. Das brauche ich nicht. Aber ja. Warte, kann ich da noch eins kaufen, was mir was bringt vielleicht sogar? Weil dann kann ich ja zusätzliche Energiezelle oder Lebenszelle, kann ich ja dann einfach nehmen, ne? Das wäre dann egal. Ah, da würde ich fast Crit nehmen. Dann nehmen wir den Crit. Dann nehmen wir den Crit mit. Gut, dass ich gestorben bin und so nochmal nachzugucken. Weil ich habe ja fünf Plätze. Kann ich ja einfach ausrüsten. Ja, easy. Sehr gut. Okay. Also das da. Ist gefährlich. Gut zu wissen. Und wir sind jetzt in einem Gebiet, was wir noch nicht kartentechnisch... Ach, guck mal. Da unten ist jetzt... Das da unten sind Quests. Das hat mit dem da gar nichts zu tun. Oh. Ach so. Oh, das ist voll cool gemacht. Die Dinger, die in den Bäumen hängen, zeigt die Anzahl. Hier auf der linken Seite zeigt die Anzahl der Energiezellen. Und da drüben die Dinger in den Bäumen hängen. Das wird alles voll bunt später. Oh, ist das cool. Und das sind alles Mini-Quests, die wir machen können und müssen. Ich verstehe. Oh mein Gott, das ist voll schön gemacht, ne? Das ist voll schön gemacht. Das ist richtig schön gemacht. Okay, ja. Hier den ganzen Teil haben wir noch nicht aufgedeckt. Da gibt es noch keine Karte für. Oh, da... Oha. Jetzt bin ich wieder ganz rausgerutscht. Ja, das wird so riesig hier alles. Ach, ich hätte... Oh, scheiße. Ich hätte rüberschießen müssen. Okay, das da geht noch nicht auf. Da unten ist aber wahrscheinlich der Schalter, der das aufmacht. Okay, wir müssen das Wasser jetzt wieder ablassen. Oh. Nächstes Gespräch. Du bist ein Geist. Ja, ich habe deinen Schatten gesehen. Nein, es ist wahr. Es gibt einen Ort, wo die Geisterschatten laufen und spielen. Einmal habe ich versucht, mit ihnen um die Wette zu laufen, aber ich bin nicht zu schnell. Neues Gerücht. Wait. Hier ist irgendwas. Okay. Das könnte so eine Geisterprüfung sein. Das könnte so eine Geisterprüfung sein, aber da kommen wir noch nicht hin. Das ist sehr weit unten. Hier komme ich bestimmt rein. Da oben ist... Ach nee, das ist eine Wand. Ja, never mind. Moment. Okay. Da ist der Schalter. Und jetzt geht dieses Wasser auch runter. Okay, cool. Okay, mehr scheint hier oben nicht zu sein. Dann runter. Jetzt komme ich zu dem Schalter und der macht das Tor hier auf. Okay. Ja, oder auch noch nicht. Nee, komme ich noch nicht ran. Oha. Okay. Was bringt mir das jetzt hier unten? Kann ich mich da durchfallen lassen? Aua. Ach, da ist noch einer. What? Hä, was ist passiert? Ich habe es nicht gesehen, ne? Oh, das kann ich wieder einfahren. Ach so, Moment. Moment. So muss ich das machen. Kapiert. Äh. Äh. Okay. Ich werde noch nicht so ganz schlau aus dem Abschnitt hier, aber wir werden sehen. Was? Was hier für mich gedacht ist. Äh. Okay, das fährt jetzt da raus. Ach, lol. Der holt den Stein. Oh, lol. Okay. Aber was soll ich hier mit dem Stein? Oh, kapiert. 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 Alles verstanden. So, jetzt schieben wir den nämlich hier hoch. Dann schieben wir den hier rüber. Und dann kommen wir weiter. Tch. Faszinierend. Ich weiß nur noch nicht, was das jetzt gebracht hat, dass der Stein da ist. Was hat der da jetzt gedrückt? Was hat der da jetzt gedrückt? War hier vorher zu oder so? Wahrscheinlich ja. Okay. Okay. Oha. Okay. Oh, der nächste Schalter. Zack. Okay. Ich wollte eigentlich noch mal da hoch. Da ist nämlich noch ein Schalter. Mann. Bleib doch mal hier jetzt. Okay. So, nämlich. Was passiert jetzt? Okay, jetzt geht dieses Ding auf. Alles klar. Jetzt geht dieses Ding auf. Gut, 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 gut. Gut. Nicht so gut. Weg mit dir. Obala, wo schieße ich denn hin? Das war die falsche Reihenfolge. So, jetzt kommen wir hier wieder raus. Mit Wasser, was weg ist. Ah, jetzt kann ich hier unten weiter. Nee, das war nur für so ein Energieding. Okay. Okay. Aber hier geht's jetzt auch weiter. Natürlich, hier geht's jetzt auch weiter. Okay. Oh mein Gott, die hab ich nicht gesehen. Ich hab was anderes gesehen. Mist, zu langsam. Ja, wie soll ich das machen? So, nämlich. Hat er jetzt getroffen? Ja, der hat ja aufgemacht. Okay, alles klar. Oh, ein Splitter. Her damit. Schnellschuss. Schneller an. Okay. Ja. Ich finde eigentlich, der schießt schnell genug. Wüsste jetzt nicht, warum ich noch schneller schießen müsste. Passt schon. Passt schon so. Okay. Wo sind wir? Oh, wir sind hier unterwegs nach unten. Alles klar. Und da hab ich was übersehen. Scheiße. Wie konnte ich denn das übersehen? Oh. Zurück. Und da komm ich da automatisch nochmal hin. Na, eigentlich müssen wir ja hier diesen Schalter noch drücken. Also wir müssten eigentlich automatisch da wieder hochkommen später. Wir müssen hier diesen Schalter ja drücken, dass es hier weiter geht. Ja, wir kommen da nochmal später hoch. Da renne ich jetzt nicht zurück. Da oben ist jemand. Komme ich da schon hin? Ah, schwierig. Ne, es sieht schlecht aus. Sehr gut. Ach, Mist. Oh. Ei, ei, ei. Okay, was ist hier? Erfolgfreigeschaltet war ich das etwa, okay. Wahrscheinlich war ich das. Okay. Aha. Prodest zu aktivieren. Geisterprüfung Belohnung. Du hast eine Geisterprüfung, finde das Startprodest, um die zu beginnen. Okay. Also mit diesen Dingern hier schaltet man Geisterprüfungen frei. Und ich weiß doch aber, wo dieses Ding ist. Das haben wir doch schon mal gesehen. Ich weiß noch nicht mehr, wo. Wo haben wir denn dieses Objekt schon mal gesehen? War das hier in der Lücke? War das da? Irgendwo war das. Mist. Oder war das hier? Nee, hä? Oder doch? Oder da? Oh, scheiße. Ich weiß nicht mehr, wo das war, ne? Das wird jetzt auch nicht eingezeichnet, das Podest. Wir haben das schon mal gesehen. Ich weiß das noch. Halt. Ich filter mal kurz, interessehalber. Quests ist hier nix. Teleportpunkte. Ja, aber noch kann ich nicht teleportieren, scheinbar. Sammelobjekte. Warum ist hier? Was ist hier? Was ist da als Sammelobjekt markiert? Da ist irgendwas. Da ist auch irgendwas. Hä? Okay. Alle. Okay, da müssen wir auch nochmal hin. Da ist irgendwas. Da hätte ich doch... Hä? Wieso bin ich da noch nicht... War da eine Wand oder so? Ha. Oh, scheiße. Oh. 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 Sag mal, wie bist du denn drauf, Kollege? Mach dich mal weg hier. So. Aber hier komme ich auch nicht durch, okay. Aber da ist ein Schalter. Schalter. Ah, der macht dieses Tor jetzt auf, okay. Ich verstehe. Hoppala. Aber ich glaube, wir sollten auch langsam den Part beenden, ne? Ich glaube, wir müssen langsam den Part beenden. Ich glaube nicht, dass jetzt in der nächsten Minute noch irgendwas Superspannendes passiert. Deswegen denke ich, hier ist eine gute Stelle, um den Part zu beenden. Was ist das da für ein Symbol? Man weiß es nicht. Ja, ich weiß leider nicht mehr, wo diese drei Kugel, dieses Objekt war. Das war irgendwie, wir haben das letztens erst gesehen. Das weiß ich noch, aber ich weiß nicht mehr, wo. Scheiße. Ich meine, es war irgendeine Sackgasse, ne? Das ist klar. Ne, so weit drüben war das nicht. Das war schon in dem neueren Gebiet. Das war schon irgendwo in dem neuen Gebiet. Ich weiß nicht mehr genau, wo. Egal, finden wir raus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.